Heute ist der 17. März, der Namenstag der heiligen Gertrud und da heißt es, Gertrud bestellt den Garten. Herzlich Willkommen! Das Wichtigste ist die Bodenvorbereitung und das erfolgt im Biogarten auf ganz einfache Art und Weise. Umstechen gibt es nicht, sondern wir lockern den Boden mit dem Sauzahn oder der Grabgabel. Der Sauzahn, das ist das Werkzeug des Biogärtners, wird durch den Boden gezogen und damit die Erde gelockert, ohne dass wir das Ganze umstechen. Das kann man übrigens mit der Grabgabel auch machen, reinstechen und am Griff rütteln. Das Wichtigste im Biogarten ist der Kompost, ohne den geht gar nichts. Das ist mein Kompost aus dem eigenen Garten und man sagt, 5 bis 8 Liter pro Quadratmeter kommen auf die Beete. Und der Kompost, der wird noch ergänzt mit organischem Dünger, weil da kommen viele Pflanzen her, die viele Nährstoffe brauchen. Das sind zum Beispiel Hornspäne oder Schafwollpellets. Dazu kommt ein Bodenaktivator, da sind alle Mineralien drinnen, die die Pflanzen brauchen, auch in einer dünnen Schicht aufstreuen. Und seit einigen Jahren verwende ich einen Stoff, der im Endeffekt eine Antwort auf den Klimawandel ist, Zeolit. Man muss sich vorstellen, ein Gramm Zeolit hat eine Oberfläche von sage und schreibe 400 Quadratmeter. Und da ist Unmengen an Wasser gespeichert. All das wird oberflächlich eingearbeitet und dann wird gepflanzt. Wir setzen da Salat. Auch wichtig beim Salat setzen, niemals tiefer als die Hälfte setzen, denn dann gibt es Fäulnis, wenn man es zu tief setzt. Und daneben kommen noch rein Radieschen. Eine Saatrille ziehen und das ist das sogenannte Saatband. Radieschen hineinlegen und verschließen. Später wird dann angegossen und fertig ist unser Gemüsebeet. Und damit es schön warm ist da drinnen, gibt es ein Vlies, das wird oben drauf gelegt und sorgt dafür, dass die Erde warm bleibt und die Pflanzen gut wachsen. Und der nächste Stichtag, den gibt es bald, nämlich der 19. März, Josefitag. Und da wird der Zwiebel gesteckt. Viel Spaß beim Garteln. Und da wird der Zwiebel gesteckt.